Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 22. Dezember 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 275 und somit mit Freitag auch die letzte Sendung vor dem Wochenende und auch die letzte Sendung vor Weihnachten. Na dann, stürzen wir uns doch in die Themen, die dann da wären. Amazon Prime Video, LG Monitor, Entwicklungsgebühren, Thunderbird, Lauschangriff, AVM Labor und die Drosselung. Beginnen wir gleich mit dem ersten Thema. Amazon Prime Video hat es ja vor kurzem auf die Apple TV geschafft und das gab ja ziemlich Aufsehen, weil ja, extrem lange gedauert und dann anscheinend, ich habe es ja noch nicht getestet, noch eine schlechte Umsetzung vom Ganzen. Doch nicht nur auf der Apple TV hat es lange gedauert, auch auf den Android TV, also den Fernseher mit vorinstalliertem Smart-Geschichte, kann man das Ganze jetzt nachladen über den Play Store. Eventuell kommt es nächstens auch auf den Chromecast, wäre zu hoffen, wenn schon auf einem, dann doch auch auf dem anderen. Und ja, die Umsetzung da ist genauso ähnlich. Eigentlich anscheinend kommt sie, ja, an bei denjenigen, die sie nutzen, aber bei denjenigen, die sie nicht nutzen, wie ich so ein bisschen queer gelesen habe, nicht ganz so. Zumindest habe ich keinen gefunden, der sich jetzt draufstürzt und von seinem aktuellen Dienst weggeht. Wenn ihr da andere Meinungen habt, gerne über die Kommentare oder über Social Media in Richtung uns. Bei LG gibt es schon News, bevor die CES 2018 beginnt, das ist dieses Jahr ein bisschen, wie es ausschaut, üblich, die News schon vorab rauszuhauen. Es kommen neue Monitore, drei an der Stücke insgesamt und die haben es in sich. 32 Zoll, 34 Zoll und 34 Zoll, mag nicht nach viel klingen ist es, ja, wie man es nimmt, wenn man es mag. Was da aber toll daran ist, die haben echtes Thunderbolt 3, also nicht irgendwelche USB-C-Geschichten, die dann ein bisschen kompatibel sind, sondern da wird richtig Thunderbolt durchgeschlaust, geschlaust, geschleust, mit dem grossen Vorteil, dass ihr damit nicht nur Strom übertragen könnt, auf zum Beispiel euer MacBook, sondern auch gleich noch den Ton und den Film oder die Datenmaterialien durchkriegt und das alles mit einem Kabel. Und noch viel cooler, wenn ihr einen Monitor angeschlossen habt, hat der noch einen Ausgang und daran könnt ihr mit einem weiteren Thunderbolt-Kabel dann den nächsten Monitor anschliessen. Also quasi, ja, wir hatten früher, mussten wir noch Grafikkarten einbauen mit drei Ausgängen und so weiter. Ziemlich teures Zeugs. Gut, viel günstiger ist das hier auch nicht, aber zumindest, es braucht nur einen Platz und ihr könnt so Monitore hintereinander schlaufen. Ganz, ganz coole Geschichte. Und die Dinger, die muss ich mir mal anschauen. Gekurved und nicht gekurved, gerade, so wie es ausschaut. Gehen wir ein Thema weiter. Bei Apple gibt es ja die Richtlinien, dass jeder, der ein Programm oder eine App entwickeln möchte, sich ein Entwicklerprogramm einkaufen muss. Also in diesem Apple-Programm, das um die 99 Dollar pro Jahr kostet. Und das will Apple ein bisschen auflockern. Jetzt, ja, nicht gerade aufschreien, denn betroffen sind oder davon profitieren können, Behörden und Non-Profit-Organisationen. Und aktuell auch nur mal, zu Beginn 2018, erst in den Staaten. Ob und wie das Ganze dann weiter ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Wäre aber definitiv spannend. Und, ja, die Hoffnung, dass dann vielleicht doch die eine oder andere App mehr aus dem behördlichen oder Non-Profit-Organisationen aufs MacOS, auf iOS, auf tvOS und auf die Watch kommen. Wir werden es sehen. Und wenn es soweit ist, euch natürlich berichten, wenn es was gibt dazu. Thunderbolt ist etwas, was fast schon ausgestorben schienen mag. Ähnlich wie Firefox. Die habt ihr ja aktuell eine große Reunion mit dem neuen 57er-Version. Genau. Und da haben sie ja die neue Photon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Oberfläche. Und die genau gleiche soll jetzt auch in das neue Thunderbird reingehen. Aktuell ist die Version 52 draussen. Es gibt schon eine Beta-Version, wo ihr eben dann das neue Thunderbird mit der neuen Oberfläche sehen könnt. Ich werde mir das mal runterladen. War früher nie ein Fan von Thunderbird, aber, ja, andere Zeiten, andere Sitten oder wie man es auch immer nennen mag. Ich werde es mal wieder ausprobieren. Habe ja ein bisschen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Hihi. Oder auch nicht. Wie auch immer. Dann gibt es falsch interpretierte Schlüsselwörter. Die große Angst von vielen Gegner diverser Sprachassistenten, deren Namen ich jetzt nicht nenne, ist ja, dass die Dinger dauerhaft zuhören. Da sprechen ja die ganzen Hersteller dagegen. Zum einen Amazon, Apple, Google, alle sagen, nee, nee, nur auf Zuwurf des Wortes. Doch dem einen oder anderen Besitzer ist sicherlich schon mal passiert, dass wenn man andere Wörter, ähnliche Wörter, also Alexander zum Beispiel, oder auch sonstige Wörter ausspricht, die ähnlich klingen wie die Schlüsselwörter, das Teil dennoch anspringt. Bei Amazon, bei Google kann man zumindest Einblick, da hat man Einblick, wo das, was ihr gesprochen habt, was verstanden wurde. Aber jetzt ist rausgekommen, dass die eben doch ein bisschen mehr zuhören, das mitspeichern und nicht ganz so ausweisen, wie man es hätte gerne. Ziemlich unschön. Ich hoffe, das ist ein Bug. Und wird nächstens behoben, weil ansonsten kann das dann ziemlich schnell auch wieder das Aus für diese ganzen Sprachassistenten sein. Denn wer will schon jemand, der ständig zuhört? Bei AVM für die Fritzbox 7490 und 7590 gibt es knapp auf das Wochenende hinzu ein Update in der Laborversion. Also jetzt alle Zuhörer, die an Betas installiert sind, alle anderen weghören, denn ja, lieber nicht rumbasteln, wenn ihr nicht was ihr tut. Da gibt es einige Neuerungen, unter anderem im Bereich USB und NAS-System. Also man kann ja da mit einem USB-Dongle eine Festplatte anmachen oder einen USB-Stick. Und hat ein NAS-System. Vor allem bei den NTFS-Datei-Systemen wurde die Übertragungsgeschwindigkeiten gesteigert etc. Und auch Push-Service wurde ein bisschen rumgeschraubt. Die vollständige Liste der Änderungen findet ihr bei uns verlinkt in Richtung Cache-Blog. Und dann noch zu Schluss zum Thema Drosselung. Nachdem das jetzt gesteigert wurde, wird auch wieder gedrosselt. Es gab ja in den letzten Tagen die Meldung, dass Apple anscheinend bei älteren Geräten, also iPhones, die Leistung drosselt. Und da hat jetzt Apple sich dazu geäußert, jetzt geht es endlich, und gesagt, dass dem wirklich so ist. Sie machen bei älteren Geräten, die nicht mehr wirklich tolle Akkuleistung haben, den Prozessor ein bisschen gedämpft, ein bisschen zurück, bremsen ihn ein bisschen zurück. Allerdings aus dem Grund, damit das Benutzererlebnis, wie es bei Apple halt immer ist, das Beste ist und dass das Phone nicht kaputt geht. Oder wie auch immer. Ein bisschen Beigeschmack, ein bisschen speziell, hätte man anders oder besser kommunizieren können. Aber ich denke für den Durchschnittsnutzer sicherlich auch nicht falsch, wenn man ihm sein Gerät noch ein bisschen länger lässt. Es soll nicht im Bereich gehen, dass man eben neue Geräte kaufen muss. Das waren es eigentlich schon, die News, die ich heute für euch aufgesammelt habe. Jetzt bleibt es mir, euch noch einen schönen Freitag zu wünschen. Und dann am Sonntag, Montag geht es ja dann schon in Richtung Weihnachten. Und so, ich wünsche euch eine besinnliche, oder besser gesagt, das ganze Team vom Geek Talk und vom Geek Talk Daily wünscht euch wunderschöne und ruhige Weihnachtszeit mit eurer Familie, euren Freunden, mit wem auch ihr immer das verbringen möchtet. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Was heisst wir? Denn Achim hört ihr wieder. Und da ja Montag und, glaube ich, Dienstag noch ein Feiertag ist, ich nehme an, also wir haben uns das ja rausgenommen, dass wir dann so senden, wie es passt oder wie wir können, lasst euch überraschen, schaut in Podcatcher rein. Und wenn keine Folge da ist, aber auch wenn eigentlich nicht da ist, ihr könnt uns ja wieder mal bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, Kommentar, Sternchen vergeben etc. Darüber würden wir uns freuen. Euer Pogipsi für Geek Talk Daily. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.